Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen in diesem Donnerstag, dem 23. September 2021. Ihr hört die Geek Talk Daily 1088. Heute mit ganz wenigen Themen. Facebook-Portal, Digitech, Netgear und das Microsoft-Event. Letzteres, da muss ich euch enttäuschen, konnte ich nicht live mitschauen wegen Sitzung. Und direkt nach der Sitzung ging es in die Aufnahme, also ein bisschen Recherche dazwischen schon. Also nicht allzu viel darüber. Aber da werde ich wahrscheinlich mit dem Mike nochmal separat ein bisschen was aufnehmen für unser Mutter-Format, dem Geek Talk. Ich würde sagen, wir starten. Mögt ihr euch an Facebook-Portal erinnern? Nicht, nein, auch nicht schlimm. Das war so ein Teil, was da stand, so ein Tablet mit hinten ein bisschen mehr, damit es eigenständig stehen konnte. Und mit dem hätte man über Facebook kommunizieren sollen. Das war im Jahre 19, 20, letztes Jahr, vorletztes Jahr, ein Projekt, das Facebook vorangetrieben hat. Man wollte auch einen Weg in die heimischen Wohnungen, Büros etc. bekommen. Also, nee, Kamera und ein Mikrofon da reinstellen. Man will ja nur was Gutes mit einem. Jetzt geht das Ganze in die zweite Reihe. Es ist ein 10 oder 14 Zoll Gerät, je nachdem welches Gerät man wählt. Das Portal Go oder das Portal Plus. Und hinten dran ist ein bisschen Akku. Es lässt sich, wie gesagt, aufstellen. Und man kann darüber eben über die Facebook-Dienste miteinander kommunizieren. Schreiben aber und oder wohl eher eben Videokonferenzen. Kann man machen. Wie teuer, fragt ihr euch. Ab dem 19. Oktober für 199 Währungseinheiten. Und ja, wie gesagt, wer möchte, kann da gerne zuschlagen. Ich würde sagen, Facebook kommt bei mir so nicht ins Haus. Nein. Weiter geht es mit Digitec. Der Schweizer Online-Händler führt eine Preistransparenz ein. Soviel es mir ist, die erste in der Schweiz und auch bei euch in Deutschland. Also bei so Vergleichsanbietern habe ich es schon gesehen. Aber nicht bei einem einzelnen Job. Wenn ja, dann berichte ich mich bitte. Bin ich gespannt, wer das ist und wo. Was heisst das? Ihr habt die Anzeige. Nehmen wir an, ihr interessiert euch für eine SSD oder eine externe HDD. Weil ihr möchtet ein bisschen Backup machen. Ihr wisst ja, Backup ist wichtig. Deshalb Backup, Backup, Backup. Dann kann man nachschauen. Heute kostet die Platte 90 Währungseinheiten. Denkt ihr, ein bisschen teuer. Scrollt ein bisschen runter und seht. Ja, gestern war es noch deutlich günstiger. Und jetzt noch günstiger und so weiter und so fort. Und dann könnt ihr zuschlagen. Oder eben auch nicht, wenn es dann teurer wird. Ich finde das interessant. Da muss man nichts selber vergleichen und hat dann gleich die ganzen Informationen. Netgear ist wieder mal in den Medien wegen Sicherheitslücken. Erst gerade gestern ging es um, ich weiss schon nicht mehr, wie die hiessen, irgendwas mit Tick oder Tock. Heute geht es um Netgear. Die haben Sicherheitslücken, sodass Man-in-der-Mittel-Angriffe ausgeführt werden könnten. Wie auch immer, auf jeden Fall, falls ihr Router der Modelle R irgendwas von 6400 bis und mit RS400 habt, solltet ihr nach Updates Ausschau halten und die Firmware-Updates einspielen. Mach mal. Könnte sehr wichtig sein, wie ich finde. Genau. Weiter geht es mit dem Microsoft-Event. Microsoft hat heute einiges vorgestellt. Was mir am besten gefallen hat, wo habe ich jetzt das wieder? Genau, da ist es. Die Microsoft Bluetooth-Maus. Oder weiss gar nicht, die Microsoft Ocean Plastic Bluetooth-Maus. Was ist das? Es ist eine Maus aus Plastikschrott aus dem Meer. Finde ich gut. Finde ich interessant. Kann man machen. 27,99 Euro in Euro-Währung ab dem 5. Oktober erhältlich. Und somit dann natürlich auch Windows 11 kompatibel. Aber Microsoft hat natürlich noch ein paar andere Dinge vorgestellt. Da wäre zum Beispiel das Microsoft Surface Pro X, welches es bald auch in einem WLAN-Modell gibt und ab Anfang 2022 in den USA vorerst starten wird. Somit schauen wir uns das dann an, wenn es dann kommt. Was kommt früher? Gleich mal schauen. Das Surface Pro 8 und der Surface Slim Pen 2. Die wurden offiziell vorgestellt, haben endlich einen schmaleren Rand, haben 120 Hertz Bildwiederholungsfrequenz, also ähnlich wie auf dem iPad, dem Pro-Modell. Und sie haben Thunderbolt 4 mit an Bord. Auch da wieder ähnlich wie beim iPad, nur ich glaube mehr als ein Port, was es anbelangt. Eine Tassatur, welche gleich den Stift in sich versorgen lässt. Viel Auflösung, gute Kamera, 4K-Auflösung auf dem Screen etc. und schöne graue, gräuliche Grafit- und Platinfarben. Ich bin mal gespannt, wie sich die schlagen werden. Und der Speicher kann selbstständig erweitert werden. Das ist natürlich auch immer noch etwas. Dann haben sie auch vorgestellt und da war ich besonders gespannt, weil ich die letzten zwei Modelle ausgiebig getestet habe. Das Surface Go 3. Und da war ich gespannt, weil ich hoffte, ich weiss, das ist ein kleiner preisiges Gerät und für einfachere Geschichten gedacht, aber ich würde halt darüber gerne ein paar Dinge machen, wie bloggen und gleichzeitig recherchieren und dann vielleicht auch mal einen Podcast knapp schneiden oder aufzeichnen und dann kommt mir da was in die Quere und das ist leider immer noch so. Man verbaut nach wie vor ins kleinere Modell 4 GB RAM, ins grossere Modell 8 GB RAM. Schade Microsoft, da macht auch der neue Prozessor, der darin verbaut ist, wahrscheinlich den Braten nicht feiss. Aber man könnte es mal ausprobieren. Ab dem 5. Oktober im Handel. Dann haben wir noch den Surface Laptop Studio. Das löst, wenn ich es richtig verstanden habe, das Book-Up und ist so in etwa, wie heisst es schon wieder, der Konzepti-Essl von Acer. Ja, ein Ultra-Book, was sich zum Tablet, zum Ständer, zum Präsentationsmedium umstellen lässt oder schlussendlich eben flach zum Tablet zurückfalten lässt. Technik verbaut, Grafik auch, alles, ja, nicht schlecht. Da wird sich zeigen, wie die ganzen Komponenten miteinander spielen. Die ersten Videos, die ich so kurz angeschaut und überschaut habe, haben ein bisschen hakelig sich angeschaut in der Bedienung. Aber das ist etwas, was natürlich auch zuerst in Fleisch und Blut umübergehen muss. Vor allem der Stift mochte die ersten Tester überzeugen. Da bin ich mal gespannt. Er vibriert und er lässt sich schräg und spitz drauf rumschreiben. Klingt also grundsätzlich sehr, sehr gut und interessant. Was auch gut und interessant klang, ja, damals das Surface Duo, sehr spannend. Jetzt auch mit Stiftmöglichkeit. Es hat den Snapdragon 888, also einer der aktuellsten Prozessoren. Der Bildschirm löst mit 90 Hertz auf und es hat einen Kamerabump. Nein, da habe ich mich ja so nicht drauf gefreut. Ich habe ja gehofft, dass sie das auf dünn schaffen, aber logisch, bei dem extrem dünnen Design geht das Ganze natürlich nicht. Und was ich halt auch immer meine Mühe habe mit diesen Club-Smartphones, und von aussen kann man sie selten vernünftig brauchen. Ja, Microsoft hat jetzt hier auch ein Display aussen eingebaut, aber nicht auf der Fläche, sondern in der Kante drin, so ganz klein. Wunderschön und cool animiert, aber ich für meine Person, mir bringt nicht die Information, dass ich 30 Anrufe in Abwesenheit und 15 Tweets verpasst habe und so weiter. Ich brauche da schon ein paar mehr Informationen um, damit ich das dann auch in die Hand nehme und aufklappe. Aber das wird sich zeigen, wie sich das in den Tests schlagen wird. Was ich toll finde, ist eben, dass das wirklich coole Surface Duo 2, also jetzt 2, im gleichen Design vom Grundprinzip daherkommt, mit aktueller und vor allem schnellerer Technik. Und ja, den Kamerabump, den haben wir auf den Smartphones auch überlebt. Von dem her wird das hier nicht schlimm sein, zumal man dann eben damit dann Fotos machen kann. Wie sich das dann mit der Fotobearbeitung schlagen wird, da bin ich gespannt. Im einen oder anderen Video habe ich gesehen, wie Menschen, ja, die Rechtshänder sind, mit links hantieren mussten, weil die Elemente links waren und das Foto rechts und so Geschichten. Ich hoffe, das lässt sich auch switchen, weil sonst ist das dann ein Rohrkrepier irgendwie. Jetzt würde ich aber sagen, lasst mich doch wissen, was war euer Favorit von der Microsoft-Präsentation? Habt ihr da was, was euch interessant dünken würde und was ihr gerne anschauen möchtet? Das würde mich Wunder nehmen. Lasst mich wissen über die bekannten Wege und dann wünsche ich euch einen schönen und erfolgreichen Donnerstag. Bis bald, euer Poughkeepsie. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.